Mein Name ist Margarete Jamann und ich habe gerade eine Frage gestellt bekommen, nämlich die, wie das ist mit den ludischen Dingen. Ich habe über Ludic Sings mir ein paar Gedanken gemacht und finde das eigentlich ganz interessant, was passiert mit den Play Objects, also mit den Gegenständen, die wir einfach im alltäglichen Leben haben, mit denen wir spielen können. Und wie verändern diese Dinge uns und wie verändern wir die Dinge? Und das heißt also, ist da eine gegenseitige Abhängigkeit, gibt es sowas wie Ludic Sings und über diese Dinge möchte ich sprechen. Nicht über Interfaces, auch nicht über Objects, auch nicht über Subjects, sondern über Dinge. Heute sind alle Dinge technologische Dinge. Und auch eine Umbanda-Nymphe aus Brasilien ist ein technologisches Objekt und zwar verstanden als Kulturtechnik. Das heißt, auch wenn es auf den ersten Blick nutzlos ist oder im Englischen ist das wieder einfacher wie bei Game & Play, futile, also nicht useless, sondern futile ist. Also so ein bisschen, resistance is futile, sagt der Scotty bei Raumschiff-Emterpreis und futility is resistance. Das ist das, was wir als Ludic Society mit den Objekten machen, nämlich mit dieser leichten Absurdität der Dinge zu spielen. Technologische Objekte verhalten sich plötzlich, also man glaubt zumindest, aber sie scheinen sich zu verhalten. Die Technologien erweitern die Dinge, sie sind expanded objects, wenn du so willst. Und zumindest sind sie toy objects. Also sie werden viel mehr Spielzeuge, die scheinbar mit uns kommunizieren, die scheinbar Wünsche an uns haben. Also statt objects of desire, anstatt dass die Spielzeuge Objekte der Begierde werden, sind wir mehr mit den desires of objects, also mit den vermeintlichen Wünschen der Dinge konfrontiert. Und das genauer zu betrachten, also diese technologischen Objekte zu betrachten, ist schon ein Ausgangspunkt, die Toy-Objects, Standard-Model-Spielzeuge und erweiterte Spielzeuge zu betrachten. Also sobald man Standard-Model-Toys, also SM-Toys, wie ich die gerne nenne, noch erweitert, indem man sie ästhetisiert, also zu einem Kunstobjekt macht. Also sei es jetzt eben eins zu eins über das Insert-Cartridge mit einem selbstgeätzten Reader oder auch eine andere Art der Ästhetisierung, indem man sie eben modifiziert, was ja eigentlich als widerständische Praxis begonnen hat, ist es wirklich aber so, dass das Objekt noch mächtiger wird. Das ist eine sehr interessante Überlegung. Also es wird wieder überhöht oder wird noch mächtiger dadurch. Darüber muss man sich klar sein. Ich weiß nicht, ob es eine auratische Dimension bekommt, da wäre ich sehr vorsichtig damit, aber es wird stärker. Das ist gut, aber man hat auch gern einen starken Sparing-Partner, also deswegen ist es auch okay. Ich weiß zumindest keine andere Methode, wie man mit den Objekten umgehen kann. Das ist gut, wie man das Liaison kann. Das ist gut, wie man, das für eine Einzelne ist. Ich weiß nicht, wie man ich nicht. Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht. Vielen Dank.